einen guten abend machen die handprint bei für 20k balance für sich den kauf und für 50 das kann man so sagen ok gut als hara sagt man auf sein mobiltelefon anstrengend wenn die heilige hand granate können wir auch noch drei augen werfen wenn der meiste zahl oder was was kann ich was gemacht schönes ja schon gutes spiel eigentlich an sich schon nix falsch machen wenn du verlieren willst ok moment mal da ist immer noch ein paar x-rays hier kollegische wie bitte ja nice wie das zahlt man mehr x-rays nice junge der connected auch einfach durch die ganze zeit hohoho 82 nur was man die scheiße jetzt mehr x-rays kollege nice holy shit digga mach mal ein x-ray noch da haben wir diese wasteland spinns kriegt man da noch mehr extra spinns dazu oder was noch extra extra spinns ja gib mal das letzte x-ray oh mein gott digga werden die wasteland spins digga ja jetzt siehst du sie für jetzt siehst du sie okay wie viel ist max und ja holy shit aber das so zahlen obwohl der muss ja nicht von ecken gell 13.000 x ok also 3k ungefähr so ungefähr pi mal daumen jetzt geht's los geil herrmann kann ja auch dead spins kriegen oder wie ich da wollte informiert hd gott wie ist das wie ist das ich glaube nicht dass es nur 6k x werden zeige ich dir ehrlich jetzt hört er auf oder ja naja naja ist sehr schön aber er muss halt korrekte auch gell er kann der dead spin machen bitte kein dead spin nice durch korrekte nice wieder bis jetzt noch mal so 706 700 wie wäre es mit dem max wenn hier eigentlich nice letztes will nochmal connecten max du musst nicht sein wenn jetzt er wird kein max und leider weil es gibt jinks obwohl reicht es für max und bitte sagen es max und aber reicht nicht oder weil es schlechtes symbol oder reicht das auch genau max und scheiße weil ihr gejinxt habt kein max für ein dreck spiel scheiß bonus ach ist max ach so ja dann mach es ein guter bonus ja dann mach es ein guter bonus